Um Kaffeeflecken aus einem Teppich oder aus Polstermöbeln zu entfernen, beginne damit etwas Spülmittel mit 250 ml warmen Wassers zu mischen. Tupfe diese Lösung mit Hilfe eines Papiertuches auf den Fleck und lass sie für 5 Minuten einwirken. Tupfe anschließend mit einem in sauberes Wasser getränkten Papiertuch über den Fleck, um Seifenreste zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kannst du 125 ml Wasserstoffperoxid mit einem Teelöffel Ammoniak mischen. Trage diese Lösung mit einem Papiertuch auf den Fleck auf, lege dann Plastikfolie darauf und beschwere diese mit einem schweren Gegenstand. Entferne die Plastikfolie nach 2-3 Stunden und tupfe den Bereich mit sauberem Wasser ab. Wenn du versuchst Kaffeeflecken aus Kleidung zu entfernen, beginne damit die Kleidung mit kaltem Wasser auszuspülen. Treibe anschließend etwas Waschmittel auf den Fleck und lass es für 5 Minuten einwirken. Spüle dies anschließend mit kaltem Wasser aus. Endlich